Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Gattungsporträt. Heute macht es besonders Spaß, denn es geht um eine Röhrlingsgattung, die Gattung der Schmierröhrlinge. Innerhalb der Gattung der Schmierröhrlinge gibt es ganz ganz viele sehr sehr bekannte und viel gesammelte Speisepilze, aber auch einige sehr sehr spannende, seltene Arten. Wer mehr über die Gattung der Schmierröhrlinge erfahren möchte, der darf gerne dranbleiben und dann würde ich sagen, legen wir einfach los und kümmern wir uns um diese ganz ganz interessante und spannende Gattung. Auf geht's! Die Gattung der Schmierröhrlinge enthält nach aktuellem Stand so ungefähr 50 Arten, von denen man in Deutschland in der Regel so 10, 11, 12, vielleicht 13, 14 Arten regelmäßig finden kann. Einige weitere Arten aus der Gattung kommen in Deutschland zwar vor, gelten aber als selten bis sehr selten und können dementsprechend, wenn überhaupt nur in Ausnahmefällen bzw. nur ganz ganz speziellen ausgewählten Habitaten angetroffen werden. Insgesamt bilden die Schmierröhrlinge mittelgroße Fruchtkörper aus, die mit zunehmendem Alter sehr schnell sehr weich werden. Junge Exemplare besitzen meist noch angenehm festes Fleisch und sind in der Zubereitung auch meist weniger schwammig bzw. schleimig. Die Bezeichnung Schmierröhrlinge kommt von der bei feuchter Witterung meist extrem schmierigen bis sogar schleimigen Hutoberseite. Einige Arten, zum Beispiel der Sand- und der Hohlfußröhrling, besitzen aber sogar einen filzigen bzw. körnig-rauen Hut. Auf der Hutunterseite befinden sich bei den Schmierröhrlingen hellorange, bräunlich, olivgelblich oder auch komplett gelblich gefärbte Röhren. Die Röhrenschicht ist bei einigen Arten außerdem häufig durch einen mehr oder weniger vergänglichen Schleier verdeckt. Das Sporenpulver ist olivbräunlich bis gelbbräunlich gefärbt. Der Stiel fällt bei den meisten Arten trocken und voll aus. Einige Arten besitzen aber auch einen hohlen und oder schleimigen Stiel. Alle Arten aus der Gattung der Schmierröhrlinge gehören zu den Symbiosepilzen und gehen somit eine Partnerschaft mit verschiedensten Baumarten ein. Bei den Schmierröhrlingen ist die Bindung der einzelnen Schmierröhrlingsarten an bestimmte Baumarten im Vergleich zu Arten anderer Gattung sehr stark ausgeprägt. Viele Arten, zum Beispiel die drei Lerchenröhrlinge, sind fest an eine einzige Baumart, natürlich in dem Fall die Lerche, gebunden. Viele andere Arten, zum Beispiel der Butterpilz, der ringlose Butterpilz, der Sandröhrling, der Kuhröhrling an die Kiefer. Wie sieht es denn mit der Verbreitung aus? Schmierröhrlinge gibt es auf der ganzen Welt. Weltweit sind, wie schon kurz angemerkt, um die 50 Arten aus dieser Gattung bekannt. Bei uns in Europa kommen davon so ungefähr 30 bis 35 Arten vor. In Deutschland kann man je nach Region so zwischen 10 und 15 Arten aus dieser Gattung finden. Einige Arten aus dieser Gattung gehören in Deutschland sogar zu den Massenpilzen. Stichwort Butterpilz, Goldröhrling und so weiter. Ja und die kann man dann eigentlich fast in jedem Jahr, zumindest in passenden Habitaten, massenhaft finden. Die ungefähr so 15 bis 20 weiteren in Europa heimischen Arten aus der Gattung sind hierzulande nur sehr sehr selten bis vielleicht sogar gar nicht anzutreffen. Was viele wahrscheinlich mit am meisten interessiert, wie sieht es jetzt damit Verwendbarkeit und Speisewert im Detail aus? Alle in Deutschland häufig zu findenden Arten aus der Gattung der Schmierröhrlinge gehören zu den Speisepilzen. Allerdings zählen die Arten dieser Gattung eher zu den unverträglicheren Arten unter den Speisepilzen. Wer nach dem Verzehr von Körnchenröhrling, Butterpilz und so weiter schon einmal Probleme bekommen hat, sollte diesen Arten in Bezug auf die Verwendung der Arten als Speisepilz besser meiden. Es könnte sich um eine individuelle Unverträglichkeit handeln. Das Abziehen der Huthaut kann die Verträglichkeit deutlich, deutlich verbessern. Wie bei unseren Gattungsporträts gewohnt, gehen wir am Schluss noch auf ein paar spannende Arten aus der Gattung ein. In dem Fall können wir da fast schon aus dem Vollen schöpfen. Wir haben nämlich eine ganz große Liste mit verschiedenen Arten aus der Gattung der Schmierröhrlinge finden dürfen. Und gerade 2023 war da ein ganz besonderes Jahr, da sind nämlich ein paar ganz spannende Erstfunde gelungen. Gehen wir erstmal auf zwei sehr ähnliche Kiefernbegleiter ein. Was heißt Kiefernbegleiter? Zwei Arten, die gerne bei Kiefern und gerne auch im gleichen Habitat zu finden sind. Und zwar der Kuh- und der Sandröhrling. Diese beiden Arten erscheinen nicht nur gerne im gleichen Habitat, sondern können auch ähnliche Größen und ähnliche Farben besitzen. Ja, und deswegen ist es vielleicht gerade, wenn man sich erst beginnt mit der Gattung der Schmierröhrlinge zu beschäftigen, gar nicht so einfach die beiden Arten zu unterscheiden. Kuhröhrlinge haben eine glatte Huthaut, relativ eckige und grobe Röhrenmündungen. Das Fleisch ist gelb-weißlich gefärbt und verfärbt sich bei Verletzung kaum bis gar nicht. Sandröhrlinge haben, obwohl es sich auch um den Schmierröhrling handelt, eher eine körnig-raue Hutoberfläche, relativ feine Röhren, gelblich gefärbtes Stielfleisch, das sich zudem bei Verletzung bläulich verfärben kann. Rein auf den Speisewert bezogen wäre eine Verwechslung wahrscheinlich relativ unkritisch. Beide Arten gelten als Speisepilz. Aber der Sandröhrling ist vielleicht doch nochmal eine Spur ergiebiger, ein bisschen festfleischiger und vielleicht auch ein bisschen feiner im Geschmack. Was ist eigentlich der bekannteste Schmierröhrling? Ja, da würde ich fast sagen, das Rennen wird da höchstwahrscheinlich der Butterpilz machen. Auch der Butterpilz ist ein typischer Kieferbegleiter. Ja, und kleiner Tipp, wenn man Butterpilze finden möchte, junge Kiefern auf sehr sandigem Boden, gerne in und um Kiesguben. Das ist bei uns in Oberbayern, denke ich, mit das wahrscheinlichste Habitat dieser leckeren und sehr stattlichen Schmierröhrlingsart. Der Butterpilz ist sicherlich einer der besten, bekanntesten und beliebtesten Speisepilze überhaupt. Die Art hat ein extrem intensives Aroma. Ja, und das einzige kleine Manko ist wieder mal die Unverträglichkeit, wie eigentlich bei fast allen Schmierröhrlingen. Also, wer da eventuell Probleme nach dem Verzehr von Butterpilz hat, kann wie gesagt eine individuelle Unverträglichkeit sein. Man kann es dann probieren, dass man die Huthaut vor der Zubereitung abzieht. Das kann die Verträglichkeit verbessern. Wenn dann aber immer noch Probleme auftreten, sollte man den Butterpilz im Speziellen oder vielleicht die Schmierröhrlinge generell dann einfach meiden. Gibt es denn noch weitere Kiefernbegleiter, die sich vielleicht sogar gar nicht so einfach unterscheiden lassen? Ja, tatsächlich, und zwar der ringlose Butterpilz und der Körnchenröhrling. Beide Arten haben sehr ähnliche Habitatsansprüche, erscheinen also bei Kiefer, haben ungefähr die gleiche Größe, ungefähr die gleichen Farben und lassen sich daher, ja zumindest auf den ersten Blick, nur sehr, sehr schwer unterscheiden. Wenn man aber weiß, worauf man achten muss, kann man den Körnchenröhrling und den ringlosen Butterpilz dann eigentlich doch relativ leicht voneinander trennen. Was sind die Unterscheidungsmerkmale? Ganz entscheidend ist die Stilbasis vom ringlosen Butterpilz. Die ist nämlich außen ganz, ganz oft ganz deutlich rosa verfärbt und das hat der Körnchenröhrling so nicht. Zieht man die Huthaut beim ringlosen Butterpilz ab, dann bleibt eine braune Maserung sichtbar und die ist beim Körnchenröhrling so auch nicht vorhanden. Und ein weiteres Merkmal, mit Kalilauge verfärbt sich der ringlose Butterpilz Lachsrosa und auch das macht der Körnchenröhrling so nicht. Gibt es denn neben den Kiefernbegleitern auch noch andere typische Baumarten, bei denen Schmierröhrlinge typischerweise gefunden werden? Ja und zwar bei Lerche, auch da gibt es eine ganze Menge an verschiedenen spannenden, teilweise leckeren und teilweise auch sehr seltenen Arten, die man nicht bei Kiefer, sondern eben bei Lerche finden kann. Ja und da würde ich sagen, ordnen wir das Ganze einfach mal nach Seltenheit bzw. Häufigkeit. Am häufigsten dürfte da tatsächlich der Goldröhrling sein. Der Goldröhrling ist allseits bekannt, wird immer wieder für einen Butterpilz gehalten, besitzt aber viel viel gelbere, orangere, leuchtendere Farben und erscheint eben bei Lerche und nicht wie der Butterpilz bei Kiefer. Schon deutlich seltener, aber immer noch eigentlich regelmäßig zu finden und gerade bei uns in Oberbayern gibt es da einige Habitate, ist der Graue Lerchenröhrling. Der ist namensgebend natürlich nicht im Ansatz so bunt gefärbt wie der Goldröhrling, sieht im Prinzip so aus wie ein Verblastergoldröhrling, hat eher gräuliche Farben, weißgräuliche Farben, ja und ist eben nicht so bunt wie der Goldröhrling und auch nicht so häufig zu finden. Noch seltener, dafür aber wieder ein bisschen bunter, ist der Rostrote Lerchenröhrling, den wir 2023 endlich von unserer Erstfund-Wunschliste streichen durften. Ja und der stand wirklich ganz ganz weit oben. Auch der Rostrote Lerchenröhrling ist, bei dem Namen kann man sich ja schon denken, ein typischer Lerchenbegleiter, der aber nochmal viel seltener ist als der Graue Lerchenröhrling. Charakteristisch sind die Rostroten Farben, ja die schon so ein bisschen vielleicht an Kupfer erinnern. Auf die Seltenheit bezogen, das absolute Highlight, nicht nur bei den Lerchenbegleitern innerhalb der Schmierröhrlinge, sondern bei den Schmierröhrlingen generell dürfte der gelbfleischige Lerchenröhrling sein. Das Portal pilz-deutschland.de meldet, ich glaube es sind sicher unter 20, vielleicht sogar unter 15 Funde für ganz Deutschland. Ja und tatsächlich ist uns 2023 ein Fund dieser extrem seltenen Schmierröhrlingsart gelungen. Charakteristisch ist vor allem das gelbe Fleisch, das mal sehr dezent und auch mal ein bisschen deutlicher, vor allem im Stilbereich ausgebildet sein kann. Aufgrund der Seltenheit ist der gelbfleischige Lerchenröhrling, auch wenn er theoretisch essbar wäre, natürlich kein Speisepilz. Gibt es denn auch noch weitere Kandidaten, die irgendwie gar nicht in dieses Schmierröhrlingsmuster passen? Was meine ich damit? Kein hohler Stil, typisch schleimig schmierige Hutoberseite, ja das was halt Kuhröhrling, Goldröhrling, Butterpilz und so weiter eben ausmacht. Ja, gibt es tatsächlich und zwar die beiden Hohlfußröhrlinge. Was meine ich mit die beiden Hohlfußröhrlinge? Hohlfußröhrlinge, ja im Prinzip gibt es nur einen Hohlfußröhrling, den aber in verschiedenen Varianten. Und zwar gibt es einmal den dunklen oder braunen Hohlfußröhrling und einmal gibt es den gelben Hohlfußröhrling, der durch seine ganz ganz typischen, sehr sehr leuchtenden gelben Farben bekannt geworden ist. Interessant, dieser gelbe Hohlfußröhrling hat sich vor uns auch wieder mal über Jahre versteckt. Ja und wir hatten seit Jahren ein festes Habitat vom braunen Hohlfußröhrling, das wir eigentlich jedes Jahr mehrmals kontrolliert haben und wo wir eigentlich ja schon regelmäßig ganz ganz tolle Funde vom braunen Hohlfußröhrling machen konnten. 2023 hat es dann in einem anderen Habitat tatsächlich per Zufall mit dem gelben Hohlfußröhrling als Erstfund geklappt. Ja und Überraschung, in dem Habitat, wo der braune Hohlfußröhrling über Jahre zuverlässig gewachsen ist, hat es dann erneut mit dem gelben Hohlfußröhrling geklappt. Und da sind tatsächlich dann der gelbe Hohlfußröhrling und der braune Hohlfußröhrling gemisch gewachsen. Was macht die beiden Hohlfußröhrlinge aus? Ja wer sich das jetzt schon denken kann, der darf das jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja bei den Namen soll es klar sein, es ist natürlich der vor allem im Alter extrem deutlich hohle Stiel. Das Interessante ist, je nach Wachstum und Standort kann es auch passieren, dass dieser hohle Stiel mal komplett mit Flüssigkeit gefüllt ist. Das heißt, man macht ein Schnittbild und wie ein Wasserfall plätschert es dann heraus. Was ich bei den Hohlfußröhrlingen aber mit am schönsten finde, wenn diese Hohlfußröhrlinge jung sind, dann sollte man diesen Schleier, den die typischerweise haben, entfernen und sich mal diese typische, ganz ganz tolle Röhrenstruktur anschauen. Die ist wirklich wunderschön, erinnert vielleicht sogar so ein bisschen an Honigwaben. Ein weiteres Charakteristikum der beiden Hohlfußröhrlinge ist die Hudoberseite. Obwohl beide Arten innerhalb der Gattung der Schmierröhrlinge zu Hause sind, ist die Hudoberseite gar nicht schmierig. Die Hudoberseite ist eher schuppig grau, was dann im Prinzip im krassen Gegensatz eben zu Butterpilz, Goldröhrling, grauer Lerchenröhrling und Co. steht. Wenn es da mal wirklich regnet und man hat so einen Goldröhrling in der Hand, muss man wirklich aufpassen, dass einem der vor Schleimigkeit nicht aus den Fingern rutscht. Das ist beim Hohlfußröhrling komplett anders. Das soll es fürs heutige Gattungsporträt dann auch schon wieder gewesen sein. Mir macht Spaß, diese Gattungsporträts zu schneiden. Das Feedback bei den ersten Gattungsporträts war super und dementsprechend denke ich, lohnt es sich, diese Gattungsporträts mindestens ein, vielleicht sogar zweimal die Woche beizubehalten. Abschließend meine Fragen in die Runde. Wie sieht es denn bei euch aus mit den Schmierröhrlingen? Welche Arten aus der Gattung konntet ihr schon finden? Habt ihr vielleicht einen absoluten Lieblingsspeisepilz innerhalb der Gattung oder irgendeine ganz, ganz seltene Art, die ihr unbedingt gerne 2024 finden wollt? Schreibt es mir wie immer ganz, ganz gerne in die Kommentare. Vielen Dank an jeden, der wieder bis zum Ende dabei geblieben ist. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt und euch das Thema Pilze auch so interessiert wie uns, dann gerne auf den Abo-Button drücken. Wenn ihr uns schon abonniert habt und ihr uns unterstützen möchtet, wie immer die Bitte gerne in den Kommentar da lassen oder den Like-Button drücken. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilz- oder Gattungsporträt. Macht es gut und bis dann.